Hey Leute! Grüß euch! Ich bin Alokation. Wir machen heute einen Jumpin' Pull Up. Das heißt, eine kleine Regression, für diejenigen unter euch, die jetzt noch keinen Fall wieder können. Die Bewegungen werden selten und die gleichen Sprung initiieren. Und dann durch den Zug aus Arm und Oberbrücken weiterführen. Der Griff ist bei uns egal. Das könnt ihr euch aussuchen. Ich will einen alten Griff. Optimal wäre, wenn ich etwas hätte, wovon ich abspringen könnte. Ich zeige mir, wie man das macht. Wenn ich das nicht habe, ist es auch ein größeres Problem. Das heißt, ich stehe kurz in die Knie. Springe ab. Und das Entgeladen kann man wieder kontinuieren. Kurz in die Knie. Andere Griff. Kurz in die Knie. Wenn das mit dem Spreng nicht zu tun hat, kann ich nur eine leichte Erhöhung bauen. So, dass ich schon in der Schlafposition ein wenig Spiele mit dem Knie habe. Und jetzt wollen wir direkt abspringen. Und jetzt werden... Ja. Und auch in der Schlafposition. Ich frage die Knie گaney.